Ja, diesmal ist keine Spannung, diesmal ist ja klar, wo wir hinreißen. Also, ne? Also mir zumindest. Ja, keine Spannung. Ja, Punkt, also, das habt ihr sicher alle gewusst. So, und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Wir machen dann den nächsten Parts, denke ich mal. Na, bo? Ja, nee, das dauert jetzt nur, als ich will, ich will es sehen. Wir haben halt zwei Gebiete in einem Atelier und einmal eben hier den Seegschlüssel, dann noch das Ganggedex da unten drin. Und als allererstes, Stefan, würde ich aber was anderes machen. Und zwar haben wir ja eine Datenkarte. Und wir wollten doch die ganze Zeit mal die Gongburger machen eigentlich. Gongburger? Ja, Burger. Die Gongburger? Wie würde ich sagen, kaufen wir die Gongburger. Auch mir die Gongburger. Gongburger. Oh, wir hatten noch eine Tartkarte, ups. Ja, gut, wie haben wir hier nicht am Grauung gesehen, ne? Ja, mal halt. Ich dachte schon, ne? Ja, gut. Du musst vielleicht also hier direkt, ne, warte mal, wo war das, da können wir sehen, oder? Ne, hier hat man keine. Aber in Fiden, die muss der eine, ja, oder hatten wir die schon? Ja, keine Ahnung. Dann schauen wir halt mal. So, auf jeden Fall würde ich sagen, ähm, hier gibt es drei Kalker-Kristeine. Und dann geht es rein, nach Gonga, Gonga, Gonga City. Gonga City, Gonga City. Genau, da haben wir noch ein bisschen was zu machen, dann. Aber ich glaube, für den Part vielleicht, vielleicht kriegen wir sogar den Gonga-Kriste in diesem Part durch, sollten wir, sollten wir eigentlich schaffen, wenn wir nicht zu blöd sind. Ja, das ist jetzt also, das wäre mir noch nie passiert, oder? Ich, ich mache, ich mache einfach mal diesen, Kalker-Kristeine. Nicht zu blöd bin ich. Achso, und den Charakter wollte ich auch noch einen neuen auswählen, weil... Oh nö, ich muss mit dem Ganglien reden. Aha. Wir sind... Was muss ich tun? Kannst du dich mal verständlich ausdrücken, du Arsch? Diebische Summschwinge, diese schöne... Diebische Summschwinge, was ist in der Summschwinge? Was finden sich hier ihre Nester? Weiß nicht, aber ich... Und welche Nester, was für Nester? Ich werde einfach mal das anders sehen, warum ist Luke Alt eigentlich ein anderer Karte? Ah, hier ist das Summschwinge, ich sehe, sehe. Hat er keine Schwinge mehr, oder was? Hallo? Alter, Luke Alt hat ja wirklich kein Licht, hört man mehr. Bist du schon aufgefallen, dass Luke Alt einfach bei den anderen dabei ist? Alter, was ist jetzt da draußen los? Naja, ich bin nicht aufgefallen. Naja, ich stecke schon mal den ersten zwei Minaler, Stefan. Glaube ich nicht. Irgendwas hupen die da draußen jetzt. Als Maul da draußen, ey. Ich will die am aufnehmen. Ey, bin ich blind? Ey, ich spiele... Ey, hier muss ein Nest sein, hallo. Oh, imperiale Suchtruide, das wäre mal interessant, ne? Oben. Kaufen wir mal schnell. Ah, da gesagt, wirklich. Ich spiele imperiale Suchtruiden, Stefan. Alter, was? Und den haben wir ja. So. Viel zu geil. Hm. Ey, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich an die Nester kommen soll. Ah, hier geht's hoch, oder wie? Hallo. Oh, ein bisschen unsichtfrei warnt. Ja. Ja. Ich bringe jetzt mal so ein paar Druiden um, ne? Die greifen mich sowieso nicht an, weil ich selber einer bin. Was? ja genau ihr willst vielleicht heute noch den zahn nehmen jetzt wollte imperialen auch mann und das sucht du jetzt soll nicht als imperialer kann keine bomben schmeißen vielleicht hier irgendwie ran wie wir es einmal noch man nicht alles noch oben leider nicht ich bin wieder extra gut der kabel geschehen war sehr leicht ja jetzt von meinem aus sagen könnte also ist er eigentlich aber wieder an hier so wir in kabel gestein hier noch das muss ich von meinem mund sein das ist das rennen da oben ich habe darunter ich bin hier hochgekommen wo gang ins greifen wenn es alleine würde ich auch sagen musste ich nein ich kann das und ich bin so zu machen ich habe ja nicht daran ziehen ich kann auch nicht fliegen oder ich brauche immer mal tech wenn ich das jetzt noch schaffen stefan ich glaube das ist eine sache wie lange ich da gebraucht habe aber ist egal aber ich habe immer noch bonze bekommen stefan obwohl ich zehn sekunden am anfang weniger hat also wird das jetzt hier mit mit ding sehr easy ich habe quasi nur 19 sekunden gebraucht also ich hatte ein allheiliges lächeln wie frech bin ich auch wenn ich auch schlimm genau haben wir noch was so und dann ganz einfach noch darüber 16,4 sekunden gold geholt und den kalber kristall das ist auch noch draußen sagen was ist denn los erst krankenwagen dann grupperei jetzt gewitter wir sind hier durch naja man sagt man das war warum gewittert jetzt bei mir draußen oder fängt ja ja weiß ich werde ein bisschen weiter weg bist du von mir als übellich nächstes wie ich beim sprech schon gewerkt habe ich würde überhaupt keinen sinn mehr geben was ist denn das gerade unten links bei mir im bildschirm für eine bobelei ist nicht ich würde sagen es ist ein bug maxi die kaiver stein box city auch hier direkt charakter okay warum sind immer droiden was soll das was zum springen der ketten sind nicht für diese ganze auf und ab zwischen den blasen gebaut aber wenn ich diese botschaft nicht überbringe werden abgenutzte ketten meine kleinste sorge sein ihr seht rüstig aus wenn es nicht so viel mühe macht würdet ihr dieses datenprotokoll mitnehmen und dem richtigen gang hin übergeben ist natürlich danke partner hier ist das datenprotokoll mit der betreffende nachricht und das betreffende nachricht und das betreffende er zeigt mir die demjenigen müsst ihr die nachricht überbringen ich habe ihn auf meinen reisen irgendwo gesehen aber vielleicht habe ich einfach nach den falschen merkmalen geschaut ich wünsche euch viel glück er hat erst so weil er einen dings fangen wenn er in der hand hat und gibt es ja ach so gong bürger stimmt er laufen jetzt nur kommt so gut ich muss jetzt so ich muss ich muss den gangen mit pfannwender suchen wer es ist ein gong mit pfannwender er weiß was ich würde sagen ich jetzt mal ein held bogatan und warum ist das jetzt nicht offen darunter muss hier also ok erstmal die fenster schnell zu sonst es regnet mich schon rein mal irgendwo ein fenster offen wenn man in der küche ein fenster offen hat jetzt muss man kurz in die küche rennen ach man ey warum muss es denn regnen jetzt gewittern ich will doch nachher noch ne hier hab ich gar kein fenster offen alter was denn jetzt los ja wer dir recht von null auf nix sturm und dings rum und nix was muss ich denn tun damit das aufgeht vielleicht weiß ich nicht lego rechts hier da will ich nicht runter gehen willi sie brauchte ich hier ist er oder es ist habe ich irgendwas zum einmal wieder irgendwas zum drauf stellen blase da drüben leben die stefan blase ja oder eine blasen entzündung ja genau in dieser blase dieser dieser hier ist auch noch ein kaiberkristall den hätte ich ja noch machen verschuldigung bitte viel zu tun muss nervige steckenkäfer mit neuem quetschgerät zerquetschen oh vierse habt eine nachricht gefließe und die vierse lesen zusammen und kino selbst kling perfekt ich will nicht zusammen lesen nein diese kurde vierse mein spezial in der nahe so willst du nicht zusammen lesen war halt nicht so du meinst du will doch auch nur spielen vielleicht eieieie und ich weiß bis das bukata hellzelt so und jetzt spring danke ja ja aber ich wollte zuerst moi moi also zuerst bin ich ja wieder zurück muss ich die mit jagen oder was ist los ja musst du ne ne das gut aber ich kann jetzt hier diese mission machen oh ne muss hier was drauf stellen auf die dinge aber kristall man ich muss hier was auf die dinge drauf stellen stefan das musste ich auch grad bestimmt ne ich will nicht spielen mit dem ganggen reden muss ich wieder hier wechseln ganggenische gourmet für erschuldigung das ist hier ein job für kopfgeldjäger ich könnte jetzt gehen tschau Arschloch ähm ein kopfgeldjäger das ist ein echter kopfgeldjäger das ist ein echter kopfgeldjäger aber er ist sukos spielen wir dann mal eben ich kauf was wir dann machen bespion sukos kia mundi kenne ich nicht gui kia mundi kia mundi kia mundi was war denn da eigentlich alles ah ja alles den hier stellen den da drauf felix richtig motiviert da die langen da von mir ich überzeugt ich komme immer gerade recht und wenn der preisstimme mache ich alles drüber fährt der größte kopfgeldjäger der dingster der galaxis äh was machst du gerade den sumpfschwingen ein tuv das ist ja schön das klingt lecker ich dachte wir sind von da guber runter aber stellt euch vor heftig überraschung ist nicht so öffnet gießt und hat was muss ich umbringen ich ist er gang in so sagt das auf jeden fall das hat halt schutz war das hier wieder war nicht froh ein gespürt zu sein dieser kommentiert in diese stadt zurück ja klar warum nicht warum man sich auf kopfgürtig ist event beziehen jetzt nicht irgendwelche dreckigen zum springer hätte fangen können naja aber es ist okay spiel aber nur jetzt eigentlich tun jetzt ja noch so viel zu tun ja schon jetzt noch ein gerücht und gericht machen ich ja gericht das geld kann sich nur greifen wenn es in der luft fliegt so auf tag aber auch schon naja ja aber wenn ich weiß im angriff modus ist sondern wenn es einfach so fliegt kopfgürtig anzeige mix so war es doch topkoch in otoganga aber sogar toch topkochse alter topkochse manches mal verlegen zutaten bitte freundliche kopf wird jäger elf empfangen suchen diese zutaten er habe ich doch gerade gemacht also bin ich doch gerade dabei dachte ich ach du machst das und nein jetzt haben wir noch vergessen und weiß ich nicht ja ich bin genommen wie du auch er muss man das ist ja mal den hat einfach jemand ein dann könnte das nicht einsammeln das ist eine das wird mir wie wir hier ein sammelschick angezeigt bei jemand anderen auftrag jetzt ist es ist verblau so wichtige vergangen noch ein charakter den ich machen kann theoretisch oder ein schiff oder so was ja immer noch ein schiff dann machen wir mal das schiff schiffchen so zwei von drei guter amazon koch rezept paket ist auch falsch gelatscht muss muss hier rüber gehen felix manchmal was manchmal manchmal enttäuscht und von dir genau nur von mir da mache ich müsste da hinten wo ist das schon die haben wir selber die sicht eigentlich die haben aber auch viele blasen die gang ganz so du hier verkaufen irgendwo ist ein passwort stimmt ja aber da kann ich das jetzt alleine kannst du perfekt das jetzt bist du nicht hallo ist er denn nicht so dass auch vergessen geht jetzt hier raus nein es sind doch jetzt gerade alle alle nicht gang in den gongs oder also hier steht passwort holen neu deswegen gehen wir mal da das magie ich mir mal direkt so ja hallo ist nix ist nix eigentlich dein ernst oder so warum kann ich ja nicht rein aber mit wem wo denn ist ja einfach verpackt ist einfach mal auftraggeber würden wir doch hier angezeigt ja dreht ich mal um nach links da red mit dem mit dem aber lehrt mal hä da fehlt einfach ne ja da steht nicht mehr da sowieso das ist ich habe den auftrag nochmal aus und dann wieder ein dann geht das vielleicht vielleicht hallo ich bin c3 wie kann ich behilflich sein in mode erlangen sicherlich behilflich sein standort geheim versteckte rebellen passwort naja das nächste mal werden wir uns wieder also wenn wir wieder eingeloggt sind ja jetzt habe ich den auftrag auf einmal meiner dings ja ja weißt du weil ich ihn markiert habe sorry ja das ist ja also gerade frech das ist einfach bug das game ja ich kann ja auch mal kurz vielleicht ist er bei mir ja da ich schau mal schnell schau mal ja aber der wird halt falsch angezeigt irgendwie aber aber hier ja muss er hier sein durch ne was für schalter haben wir ja auch keinen bock muss ich sagen also überhaupt ne ich war normale gang ganz wenig zugange ok ok was kann ich tun was für schalter mein er denn sooo natürlich kann ich hier behilflich sein weil ich hab den 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 wenigstens war ja genau den da das möchte ich tun das möchte ich tun sooo da habe ich einen autoschlüssel oder einen schiffsschlüssel ja das war ein autoschlüssel ja gut dann haben wir das schiff jetzt hier bekommen ja genau also gibt es noch einen charakter ja es gibt noch einen weiteren charakter dann mach ich den charakter nochmal oder willst du mal charakter machen und ich machen ne 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 ich darf das traust du das nicht zu ich traue mir hier nichts zu in dem scheiß spiel also hallo also ich fühle mich immer wenn man noch gar kein charakter gestern geholt hat ich sehe es ist ja manchmal ist sie wirklich sehr kryptisch 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 ja es ja genau ne es ist höhö hihihi 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 es ist ja wirklich die tag zu uns so als besseres verstehen oder wie mit anderen planeten und kulturen zu schaffen deshalb haben wir sie bordschafter in ganzes galaxis geschickt 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 Moi Freunde finden Moi Moi Harmonie Zumindest War dieser unser plan Wie es seit ewig Nix mehr gehört von diesen Ihr sehr freund und damals in der falle und schaut mal nach dienzen ja gerne misse geben euch verbleibt von botschafter ihr findet sie und schickt sie ein hallo das kann ich ja reden ich muss gegangen wenn ihr kommt ok ja gut wir reisen mal wieder es war ich check überhaupt nicht wurde seine schalter haben soll es geht jetzt bei mir draußen dabei war alles alles nass ist regnet hier ein absicht ist er erkennt es ist wenn er halt an dem tag schon mindestens zwei kaffee hat ist das ist egal so bist du noch müde ich mich kreis wirklich überhaupt nichts was für schalter denn wir sind ein unabhängiges wieso umgang denn übrigens hätte immer noch mein kabelgestein angezeigt wo kommen können sind dass die leute mit den ohren und der zunge einer von denen hat vorhin auf einem der märkte für etwas aufwägung gesorgt genau das kennen wir sehen wir da im dac angelegt wahrscheinlich bist du das überall jetzt kommt zum laufende ich glaube ich weiß wo mein gang denn ist ja warum nicht jetzt mit dem ich will ja das klappt so es ist ja bei mir halt absurd krank gerade wie starkes regnet weiß ich wollte eigentlich noch ins schwimmen gehen nachher aber wenn es so krass regnet dann mache ich ganz schön vor die haustür ins schwimmbad ja ins schwimmbad ich dusche bevor ich im schwimmbad äh keine ahnung sie nennen mich dusche fitnessstudio das schwimmbad logisch schwim ja fitnessstudio ähm ja was müssen wir ja nicht tun naja genau gangen also ich habe ja immer noch die scheiß geiler gestern mich schickt er hier so durch die ganzen einrichtungen hin ja ich folge meinen fallen ja ja dann mach du mal ich mache währenddessen wenn ich das machen wir haben striktanweisungen nicht zu füttern ist hier vielleicht was leichter ist was ich holen können aber kam er gestern neuer all der sitzt draußen wird geblitzt bei mir ja das ist gewitternd so üblich felix ja du siehst ja draußen oh donna bum bum naja guck ihn dir mal an was wir hängten da auch in gangen weg den großes kacke diesmal ne geondosianer braucht keiner sooo er wird befreit zuerst äh mich sie fragen wie glänzendes dick dahin gekommen mich sie dass dick für mich stehlen und mich sie ganz dolle dankbar dass ihr sie mich sie gerettet ich bin nicht hin oder wir müssen los mich sie passt vergessen aber so nicht okido okido äh wie komme ich denn da hin so warte ich brauche ne stange na perfekt ich habe gerade episode 1 flashbacks also ich weiß nichts von den welchen gangenischen botschaftern hä der oberste kanzler bosnars habe für sie dass die botschafter eingetroffen sind botschafter des bosnars auch gar keine botschafter sollte man mit links töten ne die ochse dann holst du mal wieder den gangen und ich schaue wie in der zeit was sinnvolles tun können wenn du es schaffst in der zeit du weißt ja wie krass ich bin aber wir haben es ja gerade schon ich schaffe es niemals zu markieren du bist halt du bist halt steppe hab ich ja den ganggen befreit bevor du überhaupt weil du überhaupt weiß wo du den ist wo du überhaupt einen markiert hast da oben ist der der ist so hoch ah leitere ich noch ein bisschen zu ne natürlich zu scheiße sonst was jetzt hat man schon wie man kein begrüßt ein irgendein achter sitz ok warum ist auf einmal dunkel er hat er oben ist diese richtung unter euren jahre hallo entspann dich hallo ja ganz stark helfen das kann ich jetzt beeinflussen was kannst du nicht wussten ich dachte ich kann jetzt einfach mal macht greifen macht mögen also weil hier das trampolin ist dann kann ich darüber springen ja ok auf jeden fall runter also ja 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 ich weiß schon was du willst doch jetzt hier würde mir mal angezeigt und viel täglich einfach der himmel gerade eingangs und jetzt ist mir verschlossene türe doch nicht sehen nochmals hat die musste man kaufen zu 100.000 oder so ja genau peanuts mittlerweile kann gehen raus hallo 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 irgendwas ist heute ja das ist das geht da draußen ach so er hat aufgehört zu regnen ist wieder ein bisschen klarer es regnet glaube ich nicht mehr ich könnte wieder aufmachen oder überhaupt so posten was ist da hat sich immer so langsam geredet ja hast du mir nicht zugehört vorher über überhaupt nicht weil ich versucht habe irgendwas zu machen ich finde es ja auch so was kriegen wir jetzt dafür rufschwingen erkehr zum gang also warte kann ich da ist mittlerweile vielleicht wieder ein jahr als schon mal die jahre so lustig aber ich würde sagen ich komme jetzt noch die dimension auftragsbildung abholen ja gehen wir werden noch mal hinter gleich geht es jetzt mal neu leicht vielleicht muss ich hin hoch glaube ich und dann doch einmal außenrum außenrum rechts und nein ist da unten rechts es wurde hinter dir jetzt ja genau gut auf den fall da die brücke untergehen dass wir im fall ist ich sehe keine frau ja ich würde sagen wir dann testen wir mal ganz kurz wir lassen welche komische drachen nachgeballert und dann bringt das einfach nix regnet immer noch draußen aber ich glaube jetzt regnet es nicht mehr hier rein wenn ich ja felix sein regen der interessiert keine mein gott auf camino regnet den ganzen tag und du schweißt dich an ich bin ja jetzt mal gewitter hier gewittert da oder hat es geblitzt ja wie wenn es niemand gesehen hätte haltet es da läuft was ist da an dem garten los wird sein hessenregen geben würde da ist ja ein schwimmbad ist in dem garten das nennt man soll profil es ist ein dreckiger woll okay schießt mich jetzt hier ab alle was wollt ihr denn von mir das ist böse anecken oder ich bin nicht böse kein böse anecken ja schon aber ich bin nicht böse ach so siehst du nicht mein blaues licht wird hallo aber da konnte ich doch wo über hier ja er ist da eine 3 zu schwingen was frisst denn du hast die schon mal gesehen wie groß sie sind okay zum schwingen um schwingen in java ja ich würde sagen an dieser stelle hätten wir den part wieder ab dem es klappt hat ja wir machen jetzt hier nur noch halbe stunde parts nur noch halbe stunde zuschauer das natürlich auch ganz anschauen wollen können müssten ja wollen müssten und ja alles ja und damit möge dem auch mit sein bis tschau